Tag eins. Unter seiner rechten Gesichtshälfte spürte er kalten Boden. Er lag auf der Seite, konnte die Arme nicht bewegen, die Füße auch nicht. Sein Kopf schmerzte, die Luft roch modrig und feucht. Ihn fröstelte. Mühsam öffnete er die Augen. Viel heller wurde es nicht. Er musste ein paar Mal blinzeln, bevor sich seine Augen an das Zwielicht gewöhnt hatten und er mehr erkennen konnte. Er starrte gegen eine schmutzige Betonwand. Auf seinen eigenen Schatten. Irgendwo hinter ihm schimmerte schwaches Licht. Er versuchte, sich zu bewegen. Seine Handgelenke waren hinter dem Rücken gefesselt. Die Beine fühlten sich an wie von einem Gummischlauch zusammengepresst. Er wälzte sich auf den Rücken. Die Decke des Raums im Zwielicht war kaum zu sehen. Beton. Weiter robben. Nun lag der Raum vor ihm. Vielleicht fünfmal fünf Meter. An der gegenüberliegenden Seite brannte auf einem umgedrehten Eimer eine Kerze. Die einzige Lichtquelle. Daneben stand ein fast raumhohes Regal. Dort lagen ein paar kleinere Teile, die er nicht erkannte. Das Pochen in seinem Kopf fühlte sich an, als wollte es seinen Schädel sprengen. Sein Blick wanderte zu seinen Beinen. Umwickelt mit Panzerband, das im Kerzenlicht silbrig schimmerte. Er atmete tief durch. Versuchte, die aufsteigende Hitze in seinem Innern zu unterdrücken. Robbte auf das Licht zu. Der harte Boden scheuerte seinen Maßanzug auf, kümmerte ihn nicht. Vor der Kerze und dem Regal zog er die Beine an und wuchtete sich auf die Knie. Fast verlor er das Gleichgewicht und wäre wieder zu Boden gefallen, so steif und unbeweglich machten ihn die Fesseln. Wie eine knieende Statue betrachtete er die Gegenstände vor sich. Auf dem zweiten Regalboden blitzten metallische Geräte im Kerzenschein. Vier unterschiedliche Messer mit eigenartig gebogenen Klingen. Fünf Skalpelle verschiedener Größe, Länge und Form. Zwei Sägen, eine mit solidem Blatt, die andere wie für Laubsäge arbeiten, nur größer. Verbogene Nadeln, wie er sie vom Zahnarzt kannte. Zangen, wie er sie aus keinem Werkzeugkoffer kannte. Scheren, mit denen man wohl auch Knochen zerteilen konnte, aber auch zwei kleine, feine Bohrer. Alle bestanden sie komplett aus silbrig funkelndem Metall inklusive der Griffe. Als hätte ein Chirurg seine Instrumente für eine Operation vorbereitet. Seine Fesseln schienen ihm mit einem Mal noch enger.